Keine andere Wahl. Leichtsinn mit nassromantischen Folgen. Nach einem Sektempfang im Büro ist Amelies Schutzeinlage durchnass. Wieder einmal ist diese schreckliche Inkontinenz schuld. Was soll sie nun tun? Kann sie es wirklich wagen und die überlastete Einlage aus dem Slip herausnehmen, obwohl sie keinen zweiten Schutz dabei hat? Entschlossen geht die junge Angestellte das Risiko ein. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen auf unserer Homepage